Der Weg nach oben, er scheint immer noch möglich zu sein. Fangen wir mal mit dem Euro gegen den US-Dollar an. Der ist nämlich tapfer gestiegen heute im Zuge der EZB-Geschichte, also eher Unterstützung für den Euro gegenüber den US-Dollar. Also wir haben wohl eher damit zu rechnen, dass der Kurs aktuell auf der Aufwärtsseite bleibt. Das ist ja die Frage. Dass er gestiegen ist, ist ja jetzt historisch. Die Frage ist, können wir uns draufsetzen und können die nächste Bewegung mitmachen? Das würde ich im Moment noch nicht sicher zugestehen wollen dem Markt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ein Rücksetzer fände ich nach wie vor eigentlich die bessere Lösung. Aber was ich finde, spielt beim Markt überhaupt gar keine Rolle. Und aktuell gibt es eben keine Zeichen. Die gab es allerdings vorher auch noch nicht, um wirklich short zu gehen. Zumindest mal nicht jetzt hier in diesem Teilstück. Das dürfte sich erst wieder ändern, wenn der Markt hier massiv nach unten geht. Und ich zeichne mal etwas ein, das wir vielleicht auch nachher bei den Indizes nochmal brauchen. Das ist so eine Abwärtsbewegung gewesen, so der erste Teil. Dann hatten wir etwas, was ging nach oben. Dann hatten wir etwas, was nach unten ging. Und jetzt sind wir irgendwie auf dem Weg nach oben. Und wer das ein bisschen mitverfolgt, so sieht typischerweise sogar ein klassisches, ein typisches Korrekturmuster aus. Das heißt, eine Seitwärtskorrektur. Klingt eigenartig, insbesondere mit der Dynamik am Ende. Aber tatsächlich, dass es gegen Ende nochmal dynamisch wird, ist gar nicht mal untypisch dafür. Das ist ein Klassiker, den wir ja auch immer wieder mal so zur Sprache bringen. Also wer das in der Theorie sich mal angucken will, ich kann da mal ganz kurz ein Bild dazu zeigen, damit man da ein bisschen den Einblick dazu hat. Wir sagen dazu, eine Flat-Korrektur sieht im Prinzip so aus wie hier beschrieben. Es geht, in dem Fall machen wir den oberen, der entspricht dem vom Euro. Es ging nochmal wackelig nach oben, wackelig nach unten und gegen Ende geht das nochmal scharf in eine Richtung. Und das ist aber ein Muster, das nicht selten vorkommt. Flat nennen wir das und wir sehen, dass ungefähr ein Drittel aller Korrekturen so aussehen. Also insofern ist das, auch wenn viele jetzt sagen, boah, das sieht ja grottenhässlich aus, richtig. Ist aber nichts untypisch und wäre hier ebenfalls noch denkbar. So, wie würde man mit so einer Situation umgehen? Wie kann man das denn einigermaßen klassifizieren? Hört der Markt dann wirklich auf? Das ist natürlich noch nicht sicher, aber ich kann euch sagen, woran ihr es erkennen könnt. Das wäre ja jetzt, um es idealtypischerweise schön zu machen, im Sinne der Fünffelligkeit gegen Ende, die wir jetzt da eben gesehen haben. So, wenn das jetzt wirklich fertig ist, also wenn wir sagen können, okay, wackelig hoch, dann hier wackelig runter und dann Fünffellig hier nach oben. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, was müsste als nächstes passieren? Dann müsste als nächstes das, was wir hier vorne haben, hinten ja nochmal passieren. Jetzt ist das Tolle, wenn das alles Quatsch ist und der Markt ja doch weiter nach oben geht. Was müsste passieren? Ja, dann geht der Markt weiter nach oben und wird dann höchstens unterbrochen von irgendwelchen Korrekturmustern. Das heißt, uns muss es jetzt gelingen, Folgendes unterscheiden zu können. Und zwar nehmen wir mal noch nicht diese große Länge, sondern nehmen wir mal nur ein Teilstück daraus. Wir müssen unterscheiden können, ob wir sowas bekommen oder ob wir sowas bekommen. Also, wenn man das einigermaßen unterscheiden kann, dann hat man die halbe Miete schon getan. Bekommen wir etwas, was sehr schwach in eine Richtung geht, in dem Fall die Abwärtsrichtung, was sehr wackelig in diese Richtung geht, dann wäre das eigentlich ein perfektes Zeichen dafür, dass es doch noch weiter nach oben geht. Blöde Idee, was ich hier gesagt habe, von wegen nochmal nach unten. Der Markt macht es einfach nicht, aber dann haben wir diesen Hinweis, er will es halt einfach nicht, dann kann man ihn nicht zwingen und dann gilt es weiterhin auf der Aufwärtsseite, wir erinnern uns, stark auf der Aufwärtsseite wackelig nach unten, sowas in der Richtung. Das haben wir ja immer wieder in verschiedenen Märkten auch gehabt. Nur, wenn dann irgendwann mal der Markt ein Teilstück, es geht gar nicht darum, dass der Kilometertief fällt, aber es geht natürlich darum, dass wir einen Teil der Bewegung verpassen. Das ist leider zwangsläufig, denn das brauchen wir ja als Bestätigung. Viele sagen dann, klar, habe ich eine halbe Bewegung schon verpasst. Richtig, aber die andere Hälfte ist doch noch da. Das wird häufig als Manko gesehen, so von wegen, das ist aber doch total doof, wenn ich hier was verpasse. Ja, ich hätte es auch lieber, dass ich es genau pünktlich auf den höchsten Einstieg mache. Aber die Möglichkeit ist es zumindest irgendwann dann mal zu erkennen, dass das nun überhaupt nichts Korrektives hier mal bei sich hat und dementsprechend die Bewegungsrichtung nach oben ausgerichtet ist. So, also ihr seht ungefähr, worauf man da gucken kann. Das Interessante ist, so ähnlich sieht das aktuell hier auch bei den Indizes aus. Also wenn ich mir das hier mal angucke beim Nasdaq, also Hightech, fünffällig runter und dann haben wir hier etwas gehabt. Es ist ein bisschen arg eng, ich muss jetzt ein bisschen künstlich zeichnen. A, B, C hoch. Ihr könnt es aber im Chart selber dann nochmal sehen. Und wir wären hier jetzt ebenfalls nochmal in der Aufwärtsbewegung. Es ist so ziemlich genau das Gleiche, was wir hier haben, hier hinten nochmal mit Schub nach oben. Also wir sehen, das ist nichts Außergewöhnliches. Die Quintessenz ist allerdings hier genau die Gleiche. Kriegen wir jetzt sowas oder kriegen wir jetzt sowas? Daran können wir erkennen, was wir als nächstes tun. Bekommen wir sowas, dann haben wir die Möglichkeit, so ähnlich wie hier zu reagieren beispielsweise. Nach der Aufwärtsrichtung wackele ich nochmal runter beispielsweise. Gibt die Möglichkeit, den Long-Einstieg nochmal zu machen. Das ist sogar beim S&P viel schöner noch gewesen. Hier sieht man es deutlich, Schub nach oben oder hier sieht man es sogar. 15 Minuten Chart. Deutliche Aufwärtsbewegung, wackele ich nach unten. Und der Markt hat hier das letzte Zwischenhoch getriggert. Ist ja nichts Neues. Erzähle ich euch hier seit Jahr und Tag hier jetzt mal, wie sich es gerade heute Nachmittag entwickelt. Beim Dow Jones sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Dementsprechend hier eine Möglichkeit eben Long sich reinzuholen. Und dann eben meine Idee, zieht euren Stop irgendwie ein wenig nach. Zum Beispiel 15 Minuten Supertrend. Dann hat man die Möglichkeit, dass es nicht noch mehr super teuer wird, wenn es doch dreht. Denn es ist nicht garantiert, dass das gut geht. Aber wir haben jetzt auf diese Art und Weise relativ schnell die Risiken fast schon auf Null oder zumindest deutlich reduziert. Wir haben aber noch enorm Chancen, dass eben die Bewegung sich nach oben noch fortsetzt. Und das ganz im Rahmen dieser Chart-Technik, die ja eigentlich nichts anderes widerspiegelt als die Stimmung der Marktteilnehmer. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, so uninteressant sieht das ja gar nicht aus, was der da macht. Dann guckt euch unbedingt den Trade des Tages an. Nicht nur den heutigen, der ist nämlich noch nicht draußen. Da weiß ich noch gar nicht, worüber wir reden. Aber bei vielen, vielen Beispielen, die wir da bringen, könnt ihr nachvollziehen. Mensch, und wenn ihr das zehnmal gesehen habt, habt ihr nicht nur eine konkrete Trading-Idee, wie wir sie umsetzen. Sondern habt auch eine Idee, wie ihr eure eigenen Trades noch besser finden könnt. Deshalb, es ist kostenfrei. Ihr wärt doof, wenn ihr es nicht nutzen würdet. Schaut euch das mal an. Insbesondere, wenn euch dieser Stil natürlich gefällt. Das ist ganz wichtig. Aber schaut euch es mal an. Da stellen wir unsere Trading-Ideen mit ganz konkreten Marken und wie wir da vorgehen vor. So, in diesem Sinne, bevor ich jetzt noch lange quatsche und euch vom Markt und vom Handeln abhalte. Euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.